moin moin leute und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight ja ich habe gesagt wir spielen leverface alles glaube ich habe ich spiele jetzt mit pick nachteil ist ich schweige gerade mal auf level 9 prestige 1 das heißt ich habe gerade mal zwei perks zur verfügung ich glaube level 9 war's und zwar habe ich jetzt trifft deine wahl make a choice und discordens uneinigkeit um ja mal schauen ich bin gespannt wie rund laufen wird mit einem halb ausgerüsteten killer aber wir sind ja guter dinge wir werden nicht mit einer negativen grundeinstellungen daran gehen und deshalb ja hoffe ich einfach mal dass es gut laufen wird das heute etwas mit der zeit knapp wird werde ich auch wahrscheinlich nur die killer runden jetzt aufnehmen und morgen vielleicht die survivor runden ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich glaube ja aktuell muss ich ja noch keine noch keinen wirklichen upload rhythmus irgendwie erschaffen aber ja ich mache so wie ich lust drauf habe jetzt habe ich bock einfach noch mal eine runde killer zu spielen danach muss ich auch langsam pennen und ja ich hoffe dass schnell freitag ist freitag kommt die endfilm demo und ich bin gespannt wie endfilm ist die open demo nicht die vip demo für die vip demo bräuchte man geld ich bin aus ich bin dazu wie ich habe kein geld da bin ich mal gespannt wie das laufen wird geht er etwas schneller jetzt in die hocke seit den letzten patch ich bin gespannt ob wir hier irgendwo brech brech sage ich nur ach das war knapp schade die arbeiten auch nirgendwo zu zweit dran ach so der ist auch fast fertig natürlich 500 punkte oh leil wie leckt die denn seht ihr das die leckt das fuck hier war noch eine dran Ich werde beleuchtet, war klar. Spielen dir zwei Flashlight? Hi, David! David! Oh komm, der hat sich ehrlich noch gegenhalten können? Meine Güte! Das war ein knapper Hit. Du kommst in den Keller, außer du hast Decisive. Ah ne, ich kenne halt, das heißt. Hi! Ich habe gehört, du willst geschlagen werden. Ah, der Dart, nice. Ah, sie hat... Ist leider nicht drauf eingefallen, jetzt muss ich mich wieder blenden. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, egal. Ah, Hit wenigstens noch reingekriegt. Nö. Noch zwei Gents. Ne, geh mal weg. Und wohlgemerkt, sie haben immer noch nicht zu zweit an einen Jenga gearbeitet. Will ich einfach nur mal anmerken. Ähm, hier in Jen. Ich sage, ich hätte eine Falle drauf platzieren sollen. Habe ich vergessen. Ah, du hast keine Flasher, von daher egal. Geil. Okay. Sehr schön. Ja, nicht sehr schön, aber der war am gefährlichsten. Mit. Was eine Frechheit. Was eine Frechheit. Tut mir leid, ich bin nicht Tunnel, aber leider ist noch ein Jen übrig. Und ich brauche jemanden, um das Spiel zu verlangsamen. Ja, nicht so. Geil. Warte mal, bei dir läuft doch die Uhr. Scheiß drauf. Und die Uhr läuft bei dir schon eine ganze Weile. Ja komm, da holen wir sie an Haken. Die gehen mir sowieso auf den Sack mit ihrer Flashlight. Leider keine Ahnung, wo die Jem verschwunden ist. Das ist alles gerade eher suboptimal. Ah, er sagt nur, die haben das Tor sogar schon offen. What the fuck? Wie schnell ging das? Ja, nicht schlecht. Gut. War eine vernichtende Niederlage. Habe ich aber auch irgendwie erwartet. Und, äh, zwei Perks. Na, nicht gerade gute Addons. Passiert. Solche Runden gibt's. Von daher lebe ich damit. Find's in Ordnung. Also ist hier jetzt nicht schön, aber ich kann mit leben. Und, ja, ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir vielleicht mal Mika, äh, Pick ein bisschen besser aufgestuft haben. Dann wird's wieder etwas besser. Deshalb trotzdem... Lalalala. Haut rein, Leute. Tschö, mit dir. Tschö, mit dir. Bis zum nächsten Mal.